Tatonka Freya Die drei Lagen des Materials schichten sich aufeinander, wie es das Zwiebelprinzip der Outdoor-Mode vormacht. T-Casual Shell Wool hat eine modische und robuste Wollaußenseite, eine winddichte, atmungsaktive No-Wind-Membran und eine weiche Technopile-Vlies-Innenseite. Darüber hinaus besitzt der Mantel zwei Leistentaschen, weitere Details, feminine Schnittführung, Einsatz von Zinnähten und Bändern sowie ein praktischer Zwei-Wege-Reißverschluss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017